ich bin im game ja ja kein problem ich wollte sowieso gleich auf toilette dachte jetzt gerade meinst du welchen plan du googelst wie man plan erstellt bei der division ach ach so ein clan bin gleich wieder da ich bin gerade auf toilette ein agenten eigene klatsgründen agenten erstellen und verwalten doch wie und ab wann das geht wir klären auf gemeinsame ziele verfolgen gemeinsame ziele und so belohnungen teilen man muss erst mal einen fortschritt erzielen so wieder da anna und schätze einige missionen also ein fortschritt erlangen ja klar deswegen geht man kann und dann kann man gemeinsame ziele machen zusammen machen und genau und deswegen geht auch die werkbank zum beispiel auch noch nicht also du bist jetzt noch nicht im game drin nee ok dann warte ich gerade auf dich bin ich hier in einem safe house oder wo bin ich ja ich warte dann hier auf die ich bin hier im safe house ich gucke jetzt mal wieder geht wie ich dir waffen geben kann ja ja alles gut will die sniper weg machen kann ich nicht ausrüsten weil ich das level noch mit habe okay so jetzt habe ich eine waffe auf stufe 9 du bist auf stufe 5 da gucke ich mir gleich an weil ich hab das jetzt nicht offen ich kann dir nicht weit geben warum nicht mhm das weiß ich jetzt gar nicht auch so weil du in einem menü bist dann musst du so aus dieser werkbank wie weil ich in einem menü bin geht's jetzt 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 ja ja echt war letztes mal so fleißig und ich teuer ich bin auch was ich nicht vor und ich bin ein andern ähm was gibt bei mir weg da bin ich dann weg ein halb Ich hab's gucken jetzt, die haben, die werden auch noch gucken, ne? So. Hi. Hallo. Erstmal warm machen, gell? Siehst ja wieder mal schick aus. Hat ja Ähnlichkeiten mit dir, dein Charakter, oder? Aber angezogen ist nackt besser. So, ich muss jetzt mal gerade gucken, wie kann man hier Waffen fallen lassen? Ausrüstungen L2. Wie hat der gestern die fallen lassen? Du bist welche Stufe? Fünf wahrscheinlich, gell? Sechseinhalb, genau. Fünf oder sechs? Fünf. Sechseinhalb, genau. Äh, sechseinhalb? Okay. Mhm. Also sechseinhalb. Mhm. Ähm, eins fortmarkieren, zerlegen, markieren, eins weiter. Ausrüsten. Mod. Wie hat der, wie hat der die fallen lassen? Kapierschnitt. Ich hab hier nicht. Ich hab hier nicht. Ich hab hier nicht. keine Ahnung, wie er die fallen gelassen hat. Weil hier steht nix von, äh, fallen, äh, fallen lassen oder so. Was ist denn mit den Kisten, die man findet? Die mach ich mal aus. Ja mach, mach. Mach ruhig auf. Ich hab hier nicht gedrückt. Ich hab ja gedacht, wo krieg ich nur eine Klamotten? Ich hab im Inventar acht vier Kisten. So, was hab ich bekommen? Ich hab keine Ahnung, wie er die fallen gelassen hat gestern, muss ich ganz ehrlich sagen. Noch nicht. Vielleicht kann ich die nur hier, hier, vielleicht kann man sie hier fallen lassen. Weil ich noch in dem Safehouse drin war, deswegen geht das vielleicht net. Mhhh, hm, 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 hm. Nochmal. Oh, krass, ich hab hier noch paar Behälter. Ich öffne kurz mal alle Kisten. Och, ne Waffe war auch drin in der Kiste, ne ganz gute. Hast du ne Waffe gefunden? Ja. Ja. Sehr schön, sehr schön. Hast du es gewusst irgendwie, dass du Kisten öffnen kannst? Ach so, Inventarkiste meinst du? Ja, ganz viele. Ah, du meinst bei dir im Inventar bei, äh, unten? Ja klar, das weiß ich, dass man da so Kisten öffnen kann. Ich weiß viele. Wie viele hab ich denn? Tausend Stück. Ganz viele Klamotten hab ich gekriegt. Cool. Genau, dann kriegst du auch gewisse andere Kleidung. Ich hab jetzt hier auch ne andere Ristung. Ähm. Habe ich die Sachen automatisch an, oder muss ich die noch nicht anziehen? Ne, du musst die extra bei Ausstattung, musst du die anziehen. Die grüne Rose wäre geil, ähm. Ich will keine Maske. Ich hab auch ne Maske. Du ja, ne, die machen wir. Du machst das. Ich kann das nicht umziehen, dann machen wir jetzt. Schöne. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was es ist, was ich machen. ja du musst sie halt genau immer die höhere stufe verwenden dann das ist besser dann bist du stärker genau knieschoner und so sachen richtig ich habe aber ehrlich gesagt keine ahnung wie der die waffen gestern fallen gelassen hat das würde ich dir gerne eine waffe geben stufe neun die sind alle stufe neun haben wir dieselbe waffe dann möchte ich einmal die so wenn ich jetzt auf waffen gehe habe ich keine ahnung wie er die fallen gelassen hat doch bei mir stand irgendwas mit wegwerfen wegwerfen moment muss man gucken genau okay gucke ich jetzt mal genau du bist stufe 6 ich gucke jetzt mal für die shop auf stufe 6 zum beispiel hier vergleichen steht jetzt hier bei mir wenn ich dreieck drücke ausrüsten mordvergleich verlassen markieren als als schrott markieren zerlegen als schrott markieren vergleichen mord ausrüsten ich kann hier nichts wegwerfen schade da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen das geht erst später ab so für 20 25 vielleicht ich glaube ich denke da das schon ich glaube ich denke schon da das jetzt auch eigentlich gehen sollte das geht auch irgendwie aber das ist dumm gemacht da das hier nicht steht wie es geht weil hier steht nichts von wie man es wegschmeißen kann vielleicht muss man es irgendwie anders machen oder so ansonsten muss man es halt irgendwie anders machen dann kann ich einem freund meine waffen geben öffne das menü und darüber dein inventar wähle das item aus welches du fallen lassen möchtest über die l3 taste ja linker analog stick drücken kannst du dir weitere optionen anzeigen lassen und unter anderem auch teilen oder share auswählen bist du bei google am gucken ja ja jetzt sollte dein agent den gegenstand auf den boden teilen lassen mit l3 gedrückt halten und da hast du mehrere optionen dann ja der tut ja dann zerlegen bei mir du brauchst dann mehrere optionen ne ah jetzt hab ich hier sortieren objekt zerlegen objekt inspizieren sortieren schrott moment favorit neuste spm standard stufe qualität schaden ausrüstungen verkaufswert neu teilen nein 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 jetzt auswählen mit x einmal auswählen und dann kommt was also wenn ich jetzt bei mir x drücke dann rüste ich die waffe aus das auswählen was du mir geben willst auswählen da bin ich aber okay ich kann es mal so probieren dann habe ich die waffe ausgerüstet und dann auswählen so objekt inspizieren ne bei mir geht es nicht da habe ich jetzt gerade dann ehrlich gesagt auch keine ahnung wie es geht ich weiß nicht wie er es gemacht hat finde ich ein bisschen dumm bei dem game hier blöd gemacht dass ich das da jetzt nicht anzeigen wie man hier wird fallen doch das oben steht teilen teilen ja das habe ich mir schon fast gedacht teilen aber das geht bei mir nicht das geht nicht doch hier ich zeig dir hier teilen ja ja ich ich habe es gesehen aber es geht bei mir nicht teilen geht bei mir nicht kannst du fallen lassen die waffe ja ja krass bei mir geht es nicht also nochmal drück start ja ja ich weiß ich weiß ich weiß ja nicht ob du jetzt in meinem stream bist dann kannst du ja selber schauen ja ich ja ich weiß und dann erstmal auswählen also mit x auswählen einmal x drücken und dann linken stick rein jetzt habe ich die waffe aus jetzt habe ich die waffe ausgewählt ne bei mir geht es nicht dann vielleicht nicht alle waffen vielleicht gehen nicht alle waffen versuch mal andere sachen zu prüfen da steht teilen und werden anzeigen oder genau vielleicht gehen nicht alle waffen ne es gehen nicht alle waffen es gehen nur bestimmte waffen es gehen nicht alle was ist mit den anderen waffen probier mal aus ne die wo ich jetzt schon bekommen habe wo geteilt worden sind das geht bei mir auch nicht ich probiere jetzt mal eine andere aus geht gar keine ne ne leider nicht aber hast du viele waffen woher hast du die hast du die alle geschenkt bekommen gefunden ne 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 ich habe nur zwei bekommen zwei habe ich nur bekommen und die anderen habe ich alle so gefunden das ist aber komisch umgegriffen ich verstehe es bei mir und bei dir nicht ich verstehe es auch nicht siehst du hier wenn ich teilen drücke nix ich sehe es gerade im stream ja das ist merkwürdig ich verstehe es auch nicht ehrlich gesagt halt hier geht es gell ja da muss ich das so hinnehmen erstmal sorry schade ich dir immer bessere waffen halt geben ja wenn du magst können wir ja diese hauptmission machen die ist markiert sogar bist du bereit ich warte gerade auf dich also bei mir ging nur die zuwehr da kommt ein hund zu dir gelaufen das ist schade ich kann dir dann leider keine geben geht bei mir irgendwie nicht da gibt es vielleicht noch einer oder woanders fließt da gibt es vielleicht noch einer oder woanders fließt ich hole den gegner hier nein nein ich bin ich bin bei dir äh wir müssen nur Moment wir müssen zurück wir müssen zurück wir müssen zurück hol ruhig mit siehst du nicht was da am boden liegt siehst du das nicht ich würde viereck getrückt siehst du das nicht echt nicht ok siehst du oben diese orangene markierung der orangene strich da habe ich markiert da müssen wir mal langen siehst du den am himmel oben so quasi am himmel ja nicht ganz vor uns halt so ne den sehe ich nicht aber auf der karte sehe ich ihn wenn ich die karte öffne sehe ich deine markierung ah ok das ist auch blöd gemacht da du das gar nicht siehst ja auf die karte sehe ich ja du gehörst mir ich werde verfolgt rennen wir nochmal hier hoch ich bin hier oben George kommt zu dir oh landweilig oh oh Oh, 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 oh. müssen hier lang Ist jemand mit der Pumpgun? Ich glaube, hier ist jetzt die Hauptmission. Boah, habe ich jemanden pushen. Achtung! 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 am breit jetzt einer sehr gut zuerst müssen sie die gefangenen freilassen damit beschäftigt sind suchen sie nach einer sicherheitsterminal suchen wir sind schon mal im richtigen bereich wo wir gucken müssen ja du kannst recht haben genau wenn bei dir da hinten ist der terminal siehst du das grüne da am boden hast du geholt sicher ja hast du viereck gedrückt gehalten ja ok klingt gut schließen sie dort an ich bin drin jetzt die zellen öffnen die zellen sind offen die passende musik dazu oder das geht glaube ich nicht kurschelrock kurschelrock geht immer noch nicht tragebares elektronisches gerät erkannt achtung gegner da ist ein geschütz und guten flug ja war ich war ich das paint und was hast du ein schönes gemacht fünf mal für die woche dann fünf mal da ist ein gegner den überlasse ich dir wenn du magst da hinten ich habe ihn gefinisht weil ich sehe gerade dein leben war knapp wenn er nicht dass er dich umbringt wenn ich unter druck unter druck war warst du unter druck ja dann entschuldigung dann entschuldig dann entschuldig dann sorry sorry habe ich nur gut gemeint damit du levelzeit bist du bist du gehst wirst du jetzt gekickt oder wie weil du läufst du an der selben stelle einfach bist du aus dem spiel gekickt worden okay ja sehr schön des fans sehr schön dass sie gut gehen ich fliege aus deinem dinge raus also doch ja fliegst du aus deinem stream bin ich raus ach so krass ich will mal antippen damit ich drinne bleibe ne aber mit dem gegner war jetzt gut gemeint damit ich dir welche übrig lasse weißt du aber du weißt ja dass ich flüchtern will und dann auch okay ja dann entschuldigung soll man damit fahren wenn es gehen würde na geht 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 nicht so und jetzt fahren wir oh hier ist ja sogar plündern genau drückt halt mal vier gedrückt sie ist das grüne da hast du genommen sehr gut ne 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 ich neuron ne weil ich flachte aber sei mir sicher wenn einer 어�at plündert denn dann für den anderen immer zur verfügung ist aber doch anscheinend doch ok 3 da sind gegner Ja, da ist was, was kommt in den reichen. Das klingt nach wie ein Sahnen sind. Sehr schön. Sehr schöner Sahnen sogar. Oh, da kommen die noch. Die Fälle. Was kommt denn hier? Du kannst aufs Steuerkreuz links drücken oder kannst du Granaten schmeißen. Einer auf Kanto. Alter, erst tot! Kpw! 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 gibt es für beide ja das flut aber ich habe erst gedacht dadurch jeder dann wegnehmen der blut deswegen wollte ich erst mal abwarten hol du den kleinen hier sind stärkerer gegner der der so lila ist der um den kümmer ich mich aber die gehen alle nach links das wäre irgendwie auch krass wenn es andere spieler werden das wäre noch krasser oder ja das wäre heftig ja das würde ich jetzt auch nicht so sagen ich würde die weg machen und du auch normalerweise müsstest du jetzt auch gelevelt werden wenn wir das jetzt gepackt haben ja ein ist so ein boss ein bisschen mehr aus du kannst ja die die schon die roten kümmern wenn du magst und ich konzentriere mich auf den boss der ist ein bisschen stärker und hält mehr aus ja der ist ja schon gleich staunt ich habe schöne baba waffen am start ist schon down was genau da war noch einer geld vor dir oder hat schon weg gemacht sehr gut was schnell gemacht anschaltet mäßig oder du sagst du immer wenn so dschungel wäre hier wenn so dschungel mäßig aussieht oder wir sind wieder gegner werden gegrillt normalerweise müsste doch die irgendwann die werkbank frei sein jetzt geht es ab achtung achtung ja ich komm zu dir ich muss sich heilen sich gerade da kommt jemand pushen da musst du ein bisschen aufs seite gehen das brett der ist ja direkt bei mir alles ja krass musst du scheinen ich muss zu scheinen und er hat der hat granatwerfer das granatwerfer achtung kein problem da kriegen wir hin ich habe keine granaten mehr da ist soweit wie ein boss da ist ein bisschen bisschen bewegen am besten hier ist noch ein anderer gegner das habe ich keine keine granaten kein problem der hält was aus der hat wird aus der ist erstaunen der ist erstaunen gar kein ding und er hat selber noch die luft gesprengten vollidiot der wollte auch nicht schießen weil er sich selber die luft glaube ich gesprengt das war's schon gg jetzt kann sogar selber gedauert er hat die ganze zeit granaten geworfen oder hat er so ein granatwerfer gehabt keine ahnung weiß ich jetzt gar nicht so weit in der richtung sehr nice gg miss gray baby so scheiße dass ich die waffen irgendwie nicht teilen kann warum auch immer das nicht geht meine klamotten und dann renne ich nackig darum oder wie würde gefallen gell ich denke wir müssen hier runter kreis musst du drücken noch mal kreis yo läuft ich guck mal gerade wo du bist ich komm zu dir ach so sehr gut hier ist noch munition genau genau hier sind noch ein paar gegner ja ich komme zu dir ja da klettert einer hoch dahin ist wieder ein boss er kommt mit mit anzug also der ist wieder voll ausgerüstet und du kannst sich um die roten kümmern ich kümmere mich ein bisschen um den boss hat mir einen rand jetzt gegeben mit der pump kann terminator scheiße ich bin da und weil er kommt rüschen er kommt rüschen ich glaube aber das war der der den ich gerade getötet habt er hat mir krass leben mit der pump kann abgezogen ich bin blutung am stillen ja geht noch wenn du nicht schaffst alles gut alles gut gg danke dir danke dir ist der boss platt sehr nice ob der boss hat mich nicht gedauert also schon der hat mich gefinisht aber der eine typie da mit der pump kann er hat mehrere übelst also pump kannst in dem spiel hier richtig op ziehen die richtig ab jetzt geht es weiter mit der action mit all den verriegelten touren ist der nordausgang sowieso näher die kommen von hier ja werden sie auch ich habe kein medikit mehr aber so 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 es so 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 sehr gut sehr gut ja du kannst du kannst du auch einsammeln sehr gut da ist noch eine kiste genau jetzt kommt noch mal eine welle glaube ich ja wenn man ist ganz sicher doch dahin ist noch gegner ja jetzt kommt noch mal da ist auch wieder jemand der gepanzert ist glaube ich dahin steht auch ein geschütz wenn die gegen den tank da schießen geschütztes hast du schluck auf ja mit der pump kann aus 20 kilometer entfernung zieht er mir mit zwei schüssen passt meine ganze rüstung ab das ist ja irgendwie ein unding das am kann ist hier bei dem gamer richtig übertrieben richtig übertrieben was geht willkommen geht weiter geht weiter alter ich habe hier einen an der seite irgendwo da hinten die sonne blendet mich gerade chat hat hat Ich hab jetzt die Draht gekriegt. Sein Volk! Wir müssen hier raus. Gas. Passt, passt. Ah, geht schon. Scheiße, wieder weg, wieder weg. Oh, ich bin gleich down. Äh, Captain Bigs eliminieren. Äh, jetzt bin ich mehr ehrlich gesagt als sicher, ob die Gegner immer wieder gespawnt werden, weil da oben ist auf jeden Fall ein Hauptboss, den man platt machen muss. Hallo, Trainer D-Man. Servus, sei gegrüßt. Willkommen auf meinem Kanal. Da ist sie. Die ist jetzt, glaube ich, alleine. Ich weiß nicht, ob die Gegner nochmal gespawnt werden. Das machen wir jetzt. Doch, da kommen wieder Gegner. Ah, Mann. Jawohl, du hast dir einen Grand gegeben. Sehr nice. GG. Bereich sichern. Da sind noch ein paar am Start. Jawohl. Einsatz abgeschlossen. Jetzt müsstest du auch gelevelt werden. Bist du gelevelt worden gerade? Und sie haben dieses elende Lach erfolgreich zerschlagen. Mit echtes Schatz? Agents, wir scheuen, sie sind bereit für eine neue Fertigkeit. Kommen Sie zur Basis und wir gehen das an. Gefängnisausdruck. Da ist ein Key, echt. Mir geht's sehr gut. Danke, danke. Welchen Kiefer. Wir konnten Material über den Hyena-Rat sichern. Sehen Sie sich's an. Sehr nice gemacht. GG. Welchen Stufe bist du jetzt Stufe 7, gell? 1,5. Sehr gut. Bist du rausgegangen? Ich bin rausgegangen, ja. Aber kannst gerne noch nichts von da machen. Ich oder wie? Alleine, ohne dich. So neben Mission oder so? The Division 2, ja doch. Ist auf jeden Fall nice. Also auf jeden Fall gut. Ja, hast du auf jeden Fall gut gemacht. Miss Grey, baby. Ja, auf jeden Fall. Du hast sogar den Boss gefinished. Ja. Okay. Auf jeden Fall noch zu. Wünschte dir noch einen schönen Samstag. Ja, eben so, gell? Hat Spaß gemacht, ne? Ja, klar. Hat Spaß gemacht. Hast du gut gemacht. GG. Dann bis bald. Ihr Lieben, ne? Wenn du... Ciao, ciao. Ciao. So. Ähm... GTA-Rollplay... Mein Server ist immer noch down. Aber trotzdem können wir gleich mal abchecken, Chat. Ob vielleicht wieder on ist. Ja, seit paar Tagen. Äh... Die wollen ja einiges neu machen. Bin ich mal echt mal gespannt, was sich hier so getan hat. Ich geh, mach mal noch eine Schnellreise zum Quartiermeister. Geheimaufträge. Geheimaufträge sind einzigartige Einsätze, die in der offenen Welt verborgen sind. Geheimauftrag, alles klar. Verborgene Geheimaufträge. Sobald sie den Zugang entdeckt haben, können sie die Schnellreise und die Spielersuche für diese Aktivitäten nutzen. Doktoriell beenden. Ich mach jetzt mal eine Schnellreise zum Weißen Haus. Weil da kann man nochmal ein paar Fähigkeiten verbessern. SHD-Punkte und so. Genau. Hm, hm. Das gibt eine Anzeige. Hm. Gut geschaltet, gut geschaltet. Sehr nice, sehr nice. So, dann... Zum... Genau, hier. Hallo, bereit eine neue Fertigkeit? Eine Fertigkeit? Ah, was? Ich hab elf SHD-Technologie. Krass. Dann will ich auf jeden Fall mal mehr Granaten. Äh... Mehr... Behälter, Fertexperte... Mehr Inventar, auf jeden Fall auch nice. Äh, besseres Magazin. Magazin 2. Belohnung, äh, Federmagazin, äh, Balancen für Sturmgewehre mit Kaliber 5.56. Doch, komm, zerlegen. So. Fertigkeit hab ich eine. Drohne, Schild. Kann man da was verbessern, oder wie? Bin eigentlich zufrieden mit dem Schild, was ich jetzt hab. Man kann sich aber bessere Schild holen für 5 Punkte. Blühwürmchen. Impulsgeber. Äh, für Gegner zu scannen, gell? Der Fernscanner wird an einem Fernsehschandlung angestellt. Er gibt, äh, Kontinuit-Impulse an die Umgebung. Ja, ne, das brauch ich nicht unbedingt. Geschütz. Chemwerfer, was ist denn das? Gas, hä? Der Feuerteufelkanister erzeugt eine explosive Gaswolke, die durch Sprengstoff, Schusswaffen, etc. entzündet werden kann. Ähm... Ja, komm. Gut, gut. GG, Miss Cray, Baby. Gut gemacht. Bis später. Hm, hm, hm. Dann geh ich schon so ein bisschen in COD rein, oder so. Och. Mhm. Hab ich schon so ein bisschen mehr drauf 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 r Close. Tag 21. ich kann aber mal gucken ob mein server frei ist ich bin jetzt stufe 10 hatten wir eigentlich noch geschrieben wenn du da jetzt gesperrt hast eintreffende verstärkungsanforderung naja ich kann jetzt nichts sehen ich sehe nur dass du den jetzt gesperrt hast ich sehe nur dass du da jetzt ich sehe nur dass du da jetzt